Ja, hallo, ihr wolltet wissen, woran ich zuletzt gescheitert bin und was ich daraus gelernt habe. Ich habe des öfteren Auseinandersetzungen mit Menschen und ja, vielleicht auch, weil ich immer sehr direkt bin, weil ich aber auch meine Meinung äußere oder auch versuche, in eine Diskussion zu gehen und versuche auch da meinen Standpunkt zu vertreten. Und es gibt halt Menschen, ja, die sind vielleicht durch meinen Standpunkt dann auch schnell eingeschüchtert und ja, die lenken dann erst ein, aber meinen das eigentlich gar nicht ehrlich. Und wenn man etwas einwilligt, dann halte ich mich daran fest und glaube auch, dass jemand, dass ich denjenigen überzeugt habe, vielleicht von meiner anderen Idee oder besseren Lösung des Problems. Und ja, da war das halt im Nachhinein anders gelaufen und die Person war daraufhin unverzeihlich und ja, konnte das irgendwie nicht verstehen. Und sie hat dann meine Kritik oder meine Erklärung, dass sie hätte das dann sagen müssen, eigentlich nicht angenommen und hat daraufhin eigentlich mit mir Streit angefangen und wollte, ja, hatte Schuldgefühle. Und Schuldgefühle sollte man eigentlich nicht haben, wenn man ja gesagt bekommt, was man hätte vielleicht besser machen können, weil man Fehler machen darf im Leben. Und das, ja, das weiß ich für mich, aber diese Frau nicht. Und ich habe daraus gelernt, dass ich dann eben halt mit solchen Menschen auch nicht weiter zusammenarbeiten möchte und mich von denen auch lerne zu lösen, ohne, ja, ohne dass mich das traurig macht, sondern dann geht der nächste Weg weiter. Und ich habe das, ja, ohne, ja, ohne, ja, ohne, ja, ohne, ja, ohne, ja, ohne, ja.